So, herzlich willkommen meine Krieger und Gieren zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind auf der Jagd nach einem weiteren Drachen, um ein wenig Zeit verstreichen zu lassen. Ja, es ist tatsächlich dieser pragmatische Grund, kein anderer. Muss man leider so sehen, weil wir müssen dafür sorgen. Oh shit, stimmt. Und da sind die Gargoyles. Lassen Sie uns erstmal die Harpie vernichten. Oh ja, ich sollte eigentlich irgendwas mal austesten, und zwar hier. Nee. Mir wurde wieder ein Kommentar geschrieben, wie man anscheinend rollen kann. Das ist ja... Das ist ja anscheinend ein wohlgehütetes Geheimnis. Es hieß jetzt Primärskill. Und oh schatz. Es hieß jetzt... Oh, ich hab's Schild gezogen. Es hieß jetzt... Oh, Primärskill. Und springen. Das funktioniert aber nicht, Freunde. Ich muss bloß aufpassen, dass die mich nicht versteinern. Geiler Schlag. Oh nee. Bleibt an. Wir sehen, die Ochsenzunge macht schon gut Damage. Stark, stark. Das hab ich verkackt. Stark. Stark. Das ging gut. Das ging gut von der... Das ging gut von der Klaue. Bastardspinge. Sehr schön. Es funktioniert einfach nicht. Ich komm nicht drauf, Freunde. Ich komm nicht drauf, wie das funktionieren soll mit dieser Rolle. Ich versteh's nicht. Ich kenn sie ja auch. Ich kenn sie ja auch. Ich kenn sie ja auch. Ich kenn sie aus Dark Souls spielen. Primärskill ist doch... Entweder die linke Maustaste... ...oder STRG. Oder beides. So. Nee. Ich kann's euch nicht sagen. Es ist dieses... Es ist dieses Rätsel, das wir nie lösen werden. Wir nähern uns den 400 Folgen. Und ich glaube, ich hab drei oder viermal versehentlich eine Rolle gemacht. Keine Sushi-Rolle, eine Ausweichrolle. Da vorne ist der Dragon übrigens. Er ist da. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal schön. Nehmen wir mit. Ist ganz schön hell, oder? Dafür, dass es... ...dass es Untergang... ...Untergangswelt ist. Hallo, Großer. Na? Bist du ready, auf die Fresse zu kommen? Oh ja. Das bist du. So. Der versteht gar keinen... Warum gehst du runter... Warum gehst du hoch, wenn ich runterdrücke? Ja, ja. Ich sehe schon, du verstehst gar keinen Spaß. Hat er sie? Ne. Lassen wir die... Bisschen bluten, oder? Schön. Oh, Scheiße. Man kann tatsächlich relativ... ...alles blocken von ihm. Streich auf sein Herz. Der Herz erlässt. Atacke das Herz! Muss mal ein bisschen Ausdauer aufladen. Ein Burger! Ein Burger! Komm her, Junge. Komm her! Oh, stark. Ich treffe sein Herz nicht. Bitter. Bitter. Schön runtergeschossen, Andromache. Sehr schön runtergeschossen. Ich heiße Erweckter, nicht ein Burger. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Ich bin ready für dich, Bruder. Ich bin ready für dich. Bist du ready für mich? Andromache, ähm... Ja. Winkler. 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 Vorsicht, Vorsicht, er macht Feuer. Jetzt hat er mich. Shit. Aua. Das war fies, Junge. Er kommt wieder runter. Ah, ne. Oh nein, er ist weg. Er ist weggepackt. Oder? Ja. Boah, Freunde, wie unnötig. Hatten wir jetzt auch zweimal... Wir kriegen den mit der Klasse. Leider nicht schnell genug down. Weh, da oben fliegt er, da ist er geflogen. Man hat ihn kurz oben noch gesehen. Wir kriegen ihn mit der Klasse leider nicht schnell genug down. Ja, hinter halt gescheitert. Kannst mich gern haben. Der kommt auch nicht mehr zurück. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Schade. Oh, hello. Boah, ich hab kurz gedacht, ich hab ihn runtergestoßen. Moin, mein Lieber. Okay. Ne, äh, zurück. Ja, ist schon... Ich könnte ja mal 500 ausgeben und hier schlafen. Dann vergeht zumindest sicher ein Tag. Dann müsste die Katze auch fertig sein. Ja, und dann... Zurück, Klasse wechseln und hoffen. Was anderes bleibt uns ja im Prinzip nicht. Ich lieb's. Das Ding ist, immer wenn ich so... Voll motiviert... Ich war jetzt auch schon wieder so... Ich hatte richtig Bock jetzt dann aufzunehmen. Hatte heute bisher einen richtig guten Tag. So und jetzt so... Ja, jetzt nimmst du mal zwei Stunden Dragon's Dogma auf. Richtig Lust gehabt und dann gleich mal ein Bug. Super. Ist schön. Echsenhorn, sehr schön. Ich bin sicher, dass du ihn findest. Warum nicht? Vergifteter Gallenstein bin ich irgendwie nicht bereit. Was ist hier mit dem... Das Sirenen-Gedöns ist doch auch dumm, wenn ich das mach. Monscheinpilz. Ja, Mai, dann mach halt das. Boah, uns geht auch langsam Cash aus, Freunde. Es könnte natürlich auch sein, dass sich das zurücksetzt, wenn man das Spiel beendet. Also, wenn man ins Menü zurückkehrt und nochmal lädt. Das kann natürlich auch sein. Na, ne, aber die Truhe ist zum Beispiel immer noch verschlossen. Okay, never mind. In Ding ist das zum Beispiel so in... In Dark Souls. Wo sind meine... In Dark Souls ist es so im zweiten Teil zumindest, das weiß ich. Da gibt es... Ähm, so eine Krähe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die redet auch immer ganz lustig. Die ist echt witzig, die Krähe. Und... Da kann man zum Beispiel... Da kann man Geschenke geben und die gibt einem dann was zurück. Die gibt es aber einem erst zurück, wenn man das Spiel neu lädt. Das heißt, man gibt der Gegenstände, lädt... Und ist wieder... Und lädt das Spiel wieder neu und so. Und deswegen dachte ich, vielleicht klappt das hier auch. Fertigkeiten erlernen. Zeig mir ja, was du noch hast für ihn. Nichts? Hier noch die ewige Verdammnis. Verbesserte Form von Neuverneidnis, die über längeren Zeitraum wirkt und den Wirkungsbereich des Nebels vergrößert. Wie gesagt, ich habe keinen Dunst, was das eigentlich helfen soll. Wenn es alles ist, was ich tun kann, sage es. Gebet mir, dass ich dir jetzt helfen kann. Gebet mir. Ich muss... Gebet mir, dass ich mich vergrößert habe, wenn es etwas ist. Wir müssten ja relativ gut ausgerüstet sein. Schade, ich hätte gerne eine von den Gegenständen verbessert. Verdrachelt. Wie ihr so schön sagt. Hätte ich gerne gemacht. Wenn es etwas ist, was ich tun kann, sage es. Äh, wie, 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 genau. Ich wollte noch den Stab mitnehmen. Oh, wie hieß der denn? Der, glaube ich, war so. Der war relativ einfach. Ah, hier. Der war es, glaube ich. Schmelzende Ast. Wenn es etwas ist, kann ich mich vergrößern. Gebet mir, dass ich mich vergrößern kann. Okay. Cool. Ausgerüstet sind wir. Dann... Einmal müssen wir den Tod noch fordern, Freunde. Einmal müssen wir hier noch ran. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er uns diesmal begegnet. Wir brauchen die Echsen. Wir brauchen im besten Fall die Chimera. Die Truhe ist zurückgesetzt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich höre gerade keine Goblins. Echsen sind da. Okay, Freunde. Das könnte es sein. Wir haben auch... Wir haben auch Ding dabei. Ranziges Köderfleisch. Hoffen wir, dass es diesmal klappt. Die Töne ist zäbbert. Es ist ein Historiker, Herr. Sirens. Einzige Pfütze auf der Ebene. Bist immer so dermaßen überdramatisch. Andromache. Aber sowas von. Setz das Ding mal ein, wenn der Tod in der Nähe ist. Wie wär's damit? Junge, was ist denn los? Da schnaufst du nicht mal, oder? Ich grins bloß, weil wir bald wieder 100.000 Driftsplitter haben. Das ist auch gut. Ding, hier. Nichts, okay. Yes. Chimera ist da. Ich glaube, sie macht sich auf den Weg nach oben. Aber so weit kommst du nicht hoch. Oh, schau mal. Okay, wichtig wär, die Chimera in dem Bereich da hinten zu töten. Das wär geil. Na? Und dann können wir nur noch hoffen. Kommt schon, Freunde. Der Tod wird jetzt erledigt. Boah, meine Frisse. Scheiße, du dreckiges Drecksvieh. Ich bitte dich. Na, freilich. Aua. Aua. Ja, und jetzt, und ich, gibt's der Ding der Ziege. Na, Große. Genau. Was machst du jetzt ganz alleine? Aua. Ja, ist ja recht. Mit Eis? Kannst du an. Oh. Oh. Irgendwas lebt hier anscheinend noch. Wahrscheinlich irgendeine Echse ohne Schwanz. Bist du frustriert? Bist du frustriert? Ja, ist ja recht. Jetzt heißt es beobachten, abwarten. Als wüsste sie. Schnell! Strecke dich mal ein bisschen an, Mann. Boah, Andromacher. Echt, du bist so scheiße. Boah, du bist so dermaßen nutzlos. Wow. Du bist so krass nutzlos. Jetzt kann man den Worten gar nicht beschreiben. Eigentlich braucht man ein neues Adjektiv für dich. Und jetzt rennst du am besten noch in den Scheißding rein. Ich sag dir was, das ändert nichts an deiner Nutzlosigkeit. Ich sag's dir bloß, okay? Nur damit du's weißt. Absolut gar nichts ändert es daran. Einfach mit einer normalen Attacke dem Vieh auf die Fresse hauen. Null Problem für den normalen. Aber für dich absolute Bumsbirne. Zu viel verlangt. I see. Dann nimm die mal jetzt. So, wo ist denn jetzt der Tod? Bitte sag mir, also wenn der jetzt nicht auftaucht, dann wissen wir auf jeden Fall, er taucht hier nicht mehr auf. Dann wissen wir's. Weil das war jetzt die perfekte Voraussetzung. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Bruder, that's it. That's it. Schieß! Yes! Ja! Brenne! Senzensplitter? Knochenlaterne? 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 Oh, das war richtig knapp. Ahaha. Lüg ich denn? Oh mein Gott, ich bin... Ich werd ganz schön dunkel, oder weil's draußen wahrscheinlich dunkler wird? Aber das geht noch. Senzensplitter, ein Splitter der Waffe des Todes. Und die Knochenlaterne, ehemaliges Eigentum des Todes. Geil. Und was haben wir noch bekommen? Wir haben doch noch irgendwas Geiles gekriegt. Schattenstiefel. Eines der durch Teufelei verdorbenen legendären 13 Finstergramm-Rüstungsteile. Geil. Und jetzt? Nee, Spaß, Freunde. Nee, 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 Spaß, Freunde. So. Jetzt müssen wir uns für den Daimon vorbereiten. Jetzt, Freunde, müssen wir uns für den Daimon vorbereiten. Nicht nur das. Wir müssen auch nochmal... Wir müssen auch nochmal... Nicht nur das... Nein, das war dumm. Naja, egal. Wir müssen auch nochmal zum Anschlagbrett gehen. Jetzt weiß ich nur leider nicht, ob das... Müssen wir da so oder so vorbereiten? Was ist da? Ach, wir brauchen fünf. Da haben wir noch zwei Gegenstände nicht. Was soll das sein? Sirenenflugkort, gönn dir. Naja, wobei, es ist Sirenen-Stuff. Doch, do it. Do it. Wenn wir da... Wenn wir da doch bessere Verteidigung bekommen, machen wir das. Ich würde jetzt erstmal schauen, ob es noch ein Ding gibt, einen Auftrag. Falls nein, kehren wir nochmal zurück. Und holen uns Vasallinnen und rüsten uns entsprechend aus, Freunde. Das sieht interessant aus. Die Dunkel wird deeper, deeper. Sehr schön. So. Ich glaube, wir sind sogar zwei Stufen aufgestiegen, oder? Durch den Kill von dem Tod. Ist eigentlich jetzt total dämlich, oder? Was ich mache. Naja, wir können ja da unten aber auch Vasallinnen holen. Das ist nicht das Thema. Oh, warte mal kurz, warte mal. Das war gut. Weil dann sammeln wir noch mehr EP, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Jo. Das war ein Fail. Na warte, die ignorieren mich gerade. Ignoriert mich weiter. Und los. Doch, doch, macht schon gut der Match. Oh, mein. Die Dunkel ist 7. Es gibt keinen Weg, dass wir zu diesem verloren haben. Das ist die Führung eines Beacon-Feuer, Master. Wir brauchen nur noch eine Riftung, um sie zu erzeugen. Ja, ja, die Feuerstelle, die kennen wir schon. Gönnung. Ja, mein größtes Problem werden die Drachen sein. Ihr habt zwar, ihr habt mir ein paar Tipps gegeben. Man soll sie verstummen lassen. Äh. Ja, müssen wir halt schauen, wie wir das hinbekommen, ne? Geht weg. Nein, nein, nein. Oh, sie haben uns erwischt. Oh, scheiße. Okay, es ist wurscht. Ich höre was. Hey, es wäre geil, wenn du mal wieder eine Kiste aufmachst. Start. Vorsicht. Oh, er hat uns auch erwischt. Ich sehe null. Vulevu. Vulevu. Was geht jetzt? Ich sehe es nicht. Shit. Ich sehe es nicht. Aber ich wurde gerade doppelt, doppelt gewässert. Oga. Jetzt heilt doch mal die Fresse, oder? Bin ich schon wieder nass? Oh, er kotzt uns an. Du kotzt mich wirklich an. Du kotzt. Aber hier oben ist perfekt. Andromache ist weg. No way. Okay, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist nämlich, ob der uns hier kriegt. Und theoretisch ist er ein perfektes Gebiet für unsere Blitzpfeile. Jetzt ist er auch noch bewässert. Oh, perfekt. Wir kriegen den Easy hier drin da oben. Tschau. Tschau. Hui, was machst du hier? Eifersüchtig. Undromache, bist du wieder am Starten? Freunde, ihr seid nicht die einzigen, die im Dunkeln kämpfen können. Ihr seid nicht die einzigen. Bildet euch bloß nichts ein. Kommst du her? Schön. Siehst du, wie einfach das wäre? Ich weiß nicht, ob ich so voll Risiko gehen sollte. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde. Dass ich mich für heute verabschieden werde. Ja, mitten im Kampf. Frech. Ich weiß, er ist eh schon... Er hat sie eh schon verabschiedet. Stark. Stark andromache. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Euer Uni-Netzplayer. Tschau, tschau. Tschau.